Hi und willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einfach mal an, wie erstellen wir diesen Kronkong, wie gehen wir da vor, wie funktioniert das Ganze und wie kommen wir denn von einem Flächenkörper in den Volumenkörper. Und dafür starten wir jetzt einmal gleich direkt durch und wie immer wünsche ich euch sau viel Spaß dabei und auch nochmal von vornherein hier sau vielen Dank für eure mega geile Unterstützung bei meinem Kurs. Hat mich echt gefreut, dass er so gut angenommen wurde. Ich hau nochmal einen Link rein für alle Leute, die noch nicht sicher sind. Und wie immer, es gibt 14 Tage Geld zurückgarantie. Wenn es euch nicht gefällt, schickt ihr den Mist zurück. Genau. Und jetzt steigen wir gleich mal ins Video ein und ich wünsche euch sau viel Spaß beim Konstruieren. Hi und dann legen wir jetzt gleich mal los mit der ersten Skizze. Wir sind hier wieder dabei. Und diese Skizze wollen wir einfach mal hier unten direkt drauflegen und sagen jetzt einmal C für den Kreis. Hier sagen wir mal so eine Kreisgröße von 29 Millimetern. So ein bisschen rein, dass es dann immer so zickern zum Platz hier ausfüllt. Dass wir da nicht ein bisschen schlecht gucken müssen. So. Dann gehen wir als nächstes hin und sagen C für Kreis. Aber wir können auch mal erstmal L für Linie. Die machen wir gerade nach oben. Jetzt machen wir. Jetzt mache ich sie mit Absicht mal ein bisschen schief. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man diese Linie immer perfekt gerade macht. Das heißt, man drückt einfach markiert die Linie einmal. Und dann drücken wir einmal hier drauf. Und fertig ist es. Dann markieren wir nochmal die Linie. Jetzt drücken wir einmal Escape, dass wir sozusagen aus dieser Bedingung rauskommen. Und dann markieren wir die Linie und drücken einmal X. Und jetzt haben wir dann hier unsere Konstruktionslinie. Okay. So weit. So gut. Dann sagen wir einmal C für Kreis. Und setzen den Kreis dann einfach genau hier drauf. Das sehen wir schon, wenn der Punkt hier läuft. Macht es zack. Und dann hat er hingefangen. Und zack. Gefangen. 1,5 Millimeter. Perfekt. Dann gehen wir auf Erstelle mir eine Rundeanordnung. Diese Rundeanordnung soll mir bitte einmal hier entlang laufen. Und das sollst du bitte 40 Mal machen. Ja. Das war der erste Step sozusagen von unserem Kronkorn. Jetzt sagen wir hier einfach mal Skizze fertigstellen. Und wir haben... Oder lasst uns mal kurz reinschauen nochmal, was wir hier getan haben. Wir haben einen Kreis erstellt. Haben hier eine Linie gerade aufgezogen. Haben einen Kreis nochmal hier erstellt. Haben den Rund angeordnet. Und das war es eigentlich. Also echt eine super simple Geschichte das Ganze hier. Sagen wir Skizze fertigstellen. Gehen jetzt hin und konstruieren hierfür eine Versatzebene. Das heißt, wir schauen uns das mal an hier. Markieren das Ganze hier und sagen, die Versatzebene, die soll jetzt vielleicht so 2,5 Millimeter hoch sein. Und dann sagen wir einmal Skizze. Die soll auf die Versatzebene draufgehen. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die kriegen. Hier. Perfekt. Dann sagen wir einmal C für Kreis. Ziehen den ganzen Spaß dann so um die 27 Millimeter auf. Sagen wir Enter. Sagen wir auch hier wieder Skizze fertigstellen. Dann gehen wir wieder hin und erstellen wieder eine Versatzebene. Wieder von der unteren Ebene weg. Und die soll diesmal 5 Millimeter hoch sein. Und da geht die nächste Skizze drauf. Und auch hier sagen wir wieder C für Kreis. Und machen den jetzt hier 26 Millimeter. Gut. Das heißt, dass wir das Ganze hier soweit erstellt haben. Und jetzt müssen wir aus den verschiedenen Skizzen hier einen Kronkorn erstellen. Dafür sagen wir erstmal wieder Skizze fertigstellen. Wechseln jetzt in den Flächenbereich rein und gehen auf Erstellen Erhebung. Und erheben jetzt erstmal die beiden hier zusammen und sagen, okay. Also machen wir es nochmal rückgängig. Für alle, die es zu schnell ging. Auf Erstellen Erhebung. Wählen sozusagen die beiden Profile aus. Dann erhebt er das Ganze. Wir bestätigen mit okay. Dann patchen wir das obere. Also hauen wir eine Fläche drauf. Machen wir also eine Fläche hier. Hier oben drauf soll die Fläche. Sagen wir okay. Dann heften wir das zusammen. Also diese Fläche mit dem hier. Und haben dann hier einen Flächenkörper erschaffen. Jetzt wollen wir natürlich noch dieses klassische Kronkorn-Ausschauen-Feeling haben. Dafür gehen wir nochmal hin und sagen, erstellen wir eine Erhebung. Und diese Erhebung soll jetzt von hier unten auf dem hier laufen. Und sagen okay. So, das heißt, wir haben jetzt, wenn wir von hier aus drauf schauen, diese klassische Kronkorn-Systematik. Und jetzt können wir nochmal F für Abrundung nehmen und das hier einfach sauber abrunden. So hier und sagen okay. Wir sehen auch, hier geht er genau passend rüber. Es sind nur mehr Flächen, aber er macht das genau wie wir es erwarten. Auch hier gehen wir nochmal auf Heften, der hier mit dem hier. Und wir sagen okay. Und dann haben wir hier einen sauberen Kronkorn. Jetzt könnten wir das Ganze noch verdicken, andicken, übererstellen. Verdecken zum Beispiel. Und sagen, das ganze System hier ist aus Blech und soll 0,1 mm sein. Also ein dünnes Blech oder ich weiß nicht, wie dick so ein Kronkorn ist. Ja, machen 0,1, sagen wir mal okay. Und dann sehen wir, sobald wir es verdicken, wechseln wir von unserem normalen Flächenkörper in einen Volumenkörper. Lustigerweise wird der Flächenkörper im Hintergrund noch aufgehoben, wenn wir nochmal Änderungen auch machen sollten. Aber jetzt haben wir hier einen Volumenkörper. Jetzt gehen wir doch einfach mal hin und färben diesen Volumenkörper einmal rein. Das heißt, wir drücken A für Erscheinung, holen hier uns einmal Messing raus. Was ist das normalerweise? Das ist doch so ein Messing matt, hätte ich gesagt, oder? Oder ein Messing poliert. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Und dann hätte ich gerne noch eng ein Stück weiß, so ABS-Weiß. Na, das machen wir mal kurz rückgängig. Bei mir ist das Command Z. Ich glaube, bei euch ist es dann, ja, ich denke mal, alle Mac-User, Command und alle Windows-User sind das. Was ist das? Steuerung Z, genau. Da gehen wir nochmal hier rein. Farbe, rau. Ich habe jetzt hier oben Fläche ausgewählt und könnte jetzt einfach mal hingehen und dann nur die obere Fläche weiß machen. Und dann könnte man noch das hier außenrum weiß machen. Und dann hätten wir hier, ja, saubere Kronkorkne. Und haben hier auch wieder was Neues gelernt zu dem Umgang von der Fläche in Volumenkörper. Und ich hoffe, ihr habt wieder sauviel Spaß bei dem Video. Und ja, ich würde es freuen, habt eure Ideen drunter. Und nochmal sauvielen Dank für alle Leute, die meinen Kurs gekauft haben. Hat mir echt, oh, wow. Vielen, vielen Dank, dass er so gut angenommen wurde. Und ich hoffe, der hat euch auch was gebracht und euch auf den richtigen Weg gebracht. Und wie immer wünsche ich euch sauviel Spaß beim Konstruieren. Und wieder, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wieder, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.